noch nicht sie noch nicht sie noch nicht sie ich komme rein ich komme rein ich komme rein ich muss das mal heilen nein das brauchst du schon nicht mehr, ich schon erledigt ein geschützt hat es erledigt 6er killstreak ja kann man lassen ja kann man das kann man lassen ich habe genug ressourcen für einen neuen ich will wieder ein lightning haben wo bin ich jetzt natürlich jetzt hinter Antwari ach nö ich bin jetzt direkt hinter Antwari hinterm Biolab gespawnt beim Sunday ich weiß nicht mal wie ich reinkommen soll in den fuckladen er hat ihn so dumm hingestellt du laufst erst mal 10 km dass du überhaupt irgendwo reinkommst er ist echt so vielleicht das andere bei uns wenn er sich aufmachen würde also leute wenn ihr spielt sitzen ist an die nie so anderen arsch der welt zwar gut und nicht dass man 10 km um die mauer rumlaufen muss so nah wie möglich an punkten also an erbungspunkten so jetzt bin ich drin jetzt muss ich nur hoch ich gehe zu A ja bin auch gleich bei A bist du auch beim Biolab ach ja da vor dir ungefähr ich muss noch ein Auto geschützt zur Sicht ich ich Wir gehen zurück zu Antwari-Frozen, die Captions grad Was machen die? Ah, Bisse Antwari-Frozen einnehmen Ah, mit Caption noch zurück Ich hab jetzt konnte ich nicht mehr benutzen, Alter Ich hol mir noch mal ein Lightning, das war lustig Ich verleg mich lieber, Alter Oh ne, wir nehmen... Achso, stimmt Nein, die haben es wieder angenommen Stimmt, wir können ja von zwei Basen angreifen Stimmt Ja, trotzdem wäre es ja nett, wenn wir es halten könnten Das ist klar Da verleg ich mich jetzt Ich komm nicht gerade mit meinem Lightning, scheiße Schon klar Aber euer Ding, euer Minecraft-Video ist richtig beliebt Quack in the world, oder wie das heißt Quack in the world, heißt das Quack in the world, ne... Ist schon monatlich... Ist schon monatlich... Ja, aber es hat jeden Tag im Hauptlauf Oder zwei Monate, ja... Foto ist ja auch Battlefield Hardline Beta Die Beta kann ich mal holen, ja... Gut... Wann gibt's die? 3. Februar kommt die raus... Das ist gut, nur in der Woche ist es immer gut... Oh, Marco, guck mal, ich war hier an der Wand... Also Leute, denkt dran, so der Februar, bitte, wenn es rauskommt... Wann kommt es? Morgen? Ja, morgen... Müsste morgen rauskommen... Kommt sie dann Lightning, wenn die Leute ärgern... Ja, das war noch Gegner irgendwo, glaub ich... Ja, komm, wir fahren hoch zu Freier-Verstärker-Stationen und killen Vanus und Terraner... Wo? Scheiß drauf, jetzt komm... Lightning... Ja, ich muss jetzt mal da hinkommen... Mach, mach, mach... Ja, es gibt Punkte oder auch nicht, das weiß ich noch was... Ich stelle mehr... Oh, scheiße... Ich habe gesagt... Soll ich Panzer brechen, oder...? Ja, wir müssen erstmal gehen in Hauwasser davon ankämpfen... Ich kaufe mir lieber, ich hole mir lieber eine normale... Ja... Warte, noch nicht ziehen, noch nicht ziehen, noch nicht ziehen, ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein... So... Ich muss erst mal heilen... Ich war bei der Panzer-Ding... Warte, ich gehe und dann bist du da unten... Ja, eben, drum... Ja, ich glaube nicht, dass... Ja... Ich habe nicht, dass du dann da unten bist... Nee, aber du schiebst mich raus, hättest du mich überfahren... Jetzt kannst du rauskommen, kannst du ziehen... Ich bin der andere, der quasi ein Bandert... Der quasi ein Bandert... Der quasi ein Bandert... Nee, das guck mal bei Freya, da kämpft NK gegen TR... Ja... Panzermäen! vorsicht der linken panzer mit klasse habe ich genügend natürlich habe ich nicht genügend auch nö was kann ich mir ziehen für 250 stimmt also wir fahren nach vorher rüber aber diesmal auch noch die und ist rechts mit oben jetzt mitte oben feuer geothermal plant da kämpfen k mk gegen tr tr gegen wahn ist die wundern sich bestimmt da wo mir herkommt scheiße sag ich dir helfen egal da ist ein hauwasser aber die andere ist besser für den vater weg die hände egal weiter weiter in ruhe lassen morgen abend wohl wieder später wir haben dann auch ja noch sitzung deswegen es kommt darauf an wie lange es heute abend wird normal müsst ihr aber dabei sein ich komme die lager aus davon er macht es mich hier alleine ja das ist ja gleich hinter mir relativ jetzt war ich noch mal diese band unterdrückung an x so brennst du schon ja ich habe auf dich gewartet ich war in der kanone da kommen wir nicht rein und dann ist an die weiß nicht vielleicht ein bisschen da da oben schießen sie schon auf uns ja aber wo da kommen wir nicht lang ich weiß es ist von der anderen seite bestimmt gefahren über den berg kommit 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 ja ich komm weg ja du wirst beschossen was ich hinter dir ist ein spion fuck mir ist irgendwas anderes was mir eine mensch gibt das ist spaß boah fuck raus fuck fuck nein nicht töten nicht töten noch mal ja das ist jetzt von bieten nein glaub nicht hat sich gereicht das ist die mir fünf oder vier zwei leute scheiße naja gehen wir mal zu east river sky station rechts unten aber überraschungsmoment ist geglückt die waren bestimmt überrascht hast du den sande gekillt eigentlich der ist weggefahren äh scheiße überlebt der spaß schade 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 hätte ich gerne Panzerbrechen dabei darum das ich weiß gar nicht was sie kurz über die er hier ich hoffe keine flack boah wie geil ist der geht flogen gerade das wir greifen mal terran bl crashzeit an was für ein ding neben uns wäre ich terran bl4 crashzeit ok da ist keine flack kommen sofort da unten gibt es eine wo ist die lip unser panzer unser wasser auch man sie sind keine gegner da immer überall gegner jetzt heute ist es kein gegner